Und jetzt ihr! Super, super! Ihr könnt natürlich auch mit Kallen und Bällen jonglieren. Sehr schön Tessa, bravo! Hemp! Hemp? Mh? Bravo! Danke, danke! Ha! Ah! Sehr schön, meine Lieben. Ihr seid wirklich alle großartige Jongleure. Und jetzt wird es Zeit für die Purzelbäume. Ja! Wer von euch möchte es auch einmal versuchen? Leo, hättest du vielleicht Lust? Ich weiß nicht. Es ist kein Problem, wenn du es noch nicht kannst. Du bist hier, um es zu lernen. Versuch's mal, Leo. Und außerdem bin ich mir sicher, dass du es kannst. Also gut, ich werde es versuchen. Sehr gut, Leo. Das ist mutig von dir. Super, Leo. Ich wusste doch, dass du es kannst. Versuch es doch einfach nochmal ohne mich. Toll, Leo. Das machst du richtig gut. Bravo, Leo.